2011-20, sag ich mal, Zweiklang-Affäre-Abenteuer. Wir haben immer so viel Zuspruch für unsere Stimmen bekommen, dass man auf den Gedanken kommen könnte. Stimmlich haben wir eine Affäre, weil die sich so ineinander verschneiden, dass dann halt dieses Wortspiel Zweiklang, weil wir sind ja nochmal zu zweit und Affäre, unsere Stimmen haben halt eben meiner Meinung nach eine Affäre und so ist der Name entstanden. Wo wir uns kennengelernt haben, muss ich mal zurück überlegen. Das war bei einem gemeinsamen musikalischen Projekt. Da ist ganz zufällig einer abgesprungen und dann kam ein neuer Sänger dazu und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ja, ich war dieser neue Sänger. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir beide aber gemerkt, dass es da mehr geht. Gesanglich. Das musst du ja noch filmen. Warum wir schon so lange zusammenarbeiten? Weil ich ein Mann bin und einfach den Mund halte, wenn sie was sagen. Durchhaltevermögen, definitiv. Durchhaltevermögen ist das Geheimrezept, immer weiterzumachen und das Ziel zu verfolgen. Ja, sag ich doch. Ich sag jetzt ein bisschen gar nichts. Ja, das entscheiden die Menschen, die uns hören, die uns mögen. Die uns folgen, die unsere Nieder hören, die bestimmen unsere Zukunft. Wir wollen, wenn es geht, ganz nach oben. So weit wie nur möglich. Denke ich mal. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann sind wir uns wieder einig. Da haben wir es doch. Du bist mein Abenteuer. Hoffentlich nicht nur für eine Nacht. Wir sehen so brennt auf meiner Haut. Vielleicht gehe ich mit dir. Super. Das kommt mit drauf.